Hä, welcher kranker *** hast du dir gerade extra durch die Spanischlange umgefahren vor mir? Hahaha Was war das? Das riecht nach Olip oder sowas Ich hab's mir auch geschafft aber Hä, was? Ich muss mal langfahren bis ich gesehen habe, facken muss ich ja gar nicht NEIN! Jo Freunde da sind wir zurück zum Anime Fan Map Erbauer Wettbewerb 2022 Die Map Nr. 2 erwartet uns genau die gleichen Chaoten wie beim letzten Mal sind natürlich auf BTS Ich wünsche euch viel Spaß Hallo! Ja, das will ich sehen Ey, du mitmachst beim Map Erbauer Kontext, weil das deine Fragen ist bei dir Nein! Da wird ja sofort gewinnen die Map Achso, alle fahren die Map und Anime Fan fährt einen Punkt und ist dann am Ziel Genau Oh mein Gott, ich muss irgendwie Oh nein! Alter, das war... Oh! Ich muss sagen, die hat jetzt schon was verdient Weil ich da echt rüber geslidet bin, keine Ecke und keine Kante, nice Schillig Nein, ich hab mich überdreht Nein, ich komm nicht hoch Er kickt keinen hoch Ah fuck aber Soll ich dir eine Hand reichen? Wow! Uff! Du darfst doch mal ein Scheibchen Alter! Okay Mal sehen wie die Map wird, ja, schau mal Ich hab leider bei der Koralle verkackt Das war der Demon Was ist das Marvin? Das ist irgendwie... Nein! Oh! Voll überdreht! Das ist Marvins Paarungsschrei Ich bin schon wieder oben rüber geflogen! Woh! 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 Hallo? Hallo? Digga, Korallen kann ich heute irgendwie Schmeckt das schon Fuck! Ne! 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 Man kann sagen, du magst einen Daumenflip heute nicht Ey, come on! Nein! Voll weggeheated! Hi Deco! Hi! Ah, schöne Farbkommulation Die ist kacke Lila, Eis, Schwarz Es gibt 10 Punkte für Würfelde und die Farbkommulation Ich bin nicht so lilafrei zu sagen Nein! Ich auch nicht Uso was kickt von Moshan Oh! Ich zum ersten Mal Koralle geschafft Okay, verfügt die Scheiße Jetzt kommt der Koralle Jetzt kommt der Downflip Mal sehen Mal sehen ob der Dekoller schafft ihr Der kleine Hax Dekoller Ok, ich war dran aber Ganz 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 glücklich Knapp daneben ist auch vorbei Mein Freund Scheiße! Ich find die Scheiße Weiß nicht wo das jetzt herkommt So richtig scheiße So richtig sche 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 Hilfe ist geil! Ein Arschloch! Jetzt ist geil Oh, das ist aber alt Du bist ja richtig verrückt, ich hab gemeint, wenn du nicht schwein bist. Was zum Fick? Wer ist die deutsche Welle? Wo kommt das her jetzt? Aber ich weiß nicht, ich schaue euch meine Radio-Artele-Brother. Was? 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 Alter, was kommt ihr noch? Der Typ, der das League gemacht hat? War nicht auch großer Bruder? Nein, das war Slutgo. Das war Slutgo, Alter, ja. Nein, den Daumenflip verkackt! War der bei Big Brother, bevor er das gemacht hat oder nachdem? Äh, davor. Davor. Oh, ich hab finally den Punkt, Alter. Jawoll, ich auch endlich! Nice! Oh, Downflip hat funktioniert! Geil! Das weiß ich noch nicht so ganz. Oh, wer ist denn hier? Aris? Hallo! Okay, Vorrexler funktioniert. Über den Bumper drüber. Bin ich Punkt, hallo? Oh, was ist hier Phase? Was ist hier... Oh, fuck! Ich bin Punkt, ich bin Punkt! Ah, so ein Ding ist das, hallo? Ach, sowas! Ah, so ein Ding ist das. Oh nein. Hallo. Hä, welcher kranke Wichser hast du gerade extra durch die Spanischlange oben gefahren vor mir? Was war das? Das riecht nach Olef oder sowas. Ich hab's doch auch geschafft, aber... Äh, was? Ich muss da lang fahren, bis ich gesehen habe, fack, muss ich da gar nicht. Nein! Nur für den Flex, nur für den Flex. Äh, welcher kranke Wichser ist das? Ja, aber irgendwann mit einem dunklen Auto auf jeden Fall. Alter, ich muss da ja richtig full speedo lang fahren. Warte mal, was kommt denn da? Da kommt... Läufen! Angehebe! Die ist aber auch schon vom Schwierigkeitsgrad her ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ist anspruchsvoller, ja. Minimal. Habt ihr da eigentlich irgendwas gesagt? Die darf jetzt irgendwie nicht hart sein, oder? Nee, X-Niveau. Ein angenehmes Niveau zum Fahren. Okay, zurück. Und jetzt muss ich hier... Nein, 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 nein! Abfahren, war das jetzt richtig, oder war das falsch? Was, was, ich muss machen hier, hallo? Oh, hallo, ich weiß doch nicht! Ich fahr, ich fahr aber ran, ach so wieder hoch? Fick Arsch, Fick Arsch! Nein! Ey, das war Fick Arsch, Scheiße nochmal, ey. Wie muss ich denn Legwatch, was? Hätt ich anders fahren müssen. Also, wenn ich unten den Wendladen fahre, fresse ich irgendwie die Kante. Hier, okay. Nein, nein! Nein! Warte! Mach's da ran, Scheißen! Abi, du fahr die untere, die unteren Lücken, Scheiß! Mama! Nein, schon wieder der Downflip verkackt! Alter Schwede, ich hab den nächsten Punkt, aber die Map ist schon wirklich knackiger! Alter Schwede! Also, ich steh auf so'n kranken Scheiß, aber die ist nicht vergleichbar mit der ersten, sagen wir mal so. Also, der hat dich gesteigert quasi gesehen. Ja, also jetzt auch nicht übertrieben, ne, aber die ist schon wirklich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Cranker. Ja. Oh, nein! Komm, mach, 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 Aris! Ey, ich hab kurz so ein Punkt, ich hab ihn noch ein Punkt vergottet. Oh, Alter! Okay, scheiße. Du lernst viel von Aris, Deko. Was? Was, warum? Der vergackt auch immer gern vor ein Punkt. Ja, deswegen nehmt uns ja auch den. Aber wenn ich von ihm lerne, würde das bedeuten, dass ich noch nicht weiß, was er schon weiß, das halte ich so unwahrscheinlich. Ich war weiter als du. Glaub ich nicht. Doch. Glaub ich nicht. Wo bist du, Aris? Kann ich dich noch abziehen? Äh, ich bin hinter dir, du kannst mich noch easy abziehen, ja. Geil. Amuranta mit irgendwie 15 Millionen Dollar gemacht hat. Ich hab keine Ahnung. Digger. Ja, hab doch irgendwelche Frauen lassen sich irgendwie jeden Tag durchknöden, Alter, als Pornostar kriegen wie 3 Euro oder so. Ja. Ja. Aber die sind halt nicht bekannt genug. Ich hab schon wieder, genau, vorm Scheißpunkt verkackt. Schon wieder. Ziel. Ich hab ihn jetzt. Schon wieder vorm Ziel, Digger. Was ist verkehrt mit dem Typen, ey? Du fahr als erster rein, Digger. Dann steht der Eisgert erster. Oh, ja. Oh Gott, ey. Er fährt ja wirklich rein, dieser Lachsnacken. Oh, die. Was ist verkehrt mit dem Typen? Ey. Kann auch. Kann ja ein bisschen zeigen. Ist ja so langweilig, wenn ich das jetzt gucken muss. Ja, stimmt schon. Zwei Sichten und so. Man regelt das. Nein, ey. Dieser Taunclip. Der ist echt komisch. Erster Platz. Richtig verdient. Ja. Man kennt ihn. Oh, ja. Nein. Ey, Junge. Ich krieg das hier nicht hin, den Part, Alter. Den letzten. Ah, ich schau's mir mal an. Jetzt schaff ich's wahrscheinlich. Ja. Oh, geil. Mit Sense immer Boss da. Ja. Ja, genau. Da oben. Dann machst du den. Ja. Ja. Was glaub ich denn hier zu, Alter. Geiler. Seit den letzten Parts hab ich. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Was war's? Hallo? Also Pizza, dass du nach mir am Ziel bist, ne. Das ist echt schwach. Sehr schwach. Man hört Deko nur sehr schwach. Ich musste hier nur noch Sachen machen, ne. Was machen Sachen? Es ist so. Ich hab die Map nicht mal aufnehmen können, deswegen. Ach, gut, dass ich da. Stop drücken. Ich hab die Map jetzt wirklich deswegen nicht aufnehmen können, weil ich Sachen anschauen musste, ne. Naja. Ja. Hat man schon mitbekommen, dass der im Hintergrund noch ein bisschen ablief. Tata. Nein. Ich komm, ey, Junge. Ich komm. Oh, come on. So, ab jetzt wird's scheiße. Deko, was ist daran jetzt so schwer? Ja, das was jetzt kommt. Ja, da kommst du rüber. Oh, das war's schon? Hast du doch. Easy. Bei uns. Easy, Bruder. Ja. Ja. Also ich hab's auch. Deko abgezogen. Ganz locker. Flockig aus dem Handgelenk. Kurzer Katz. Wir sehen uns dann gleich zur Mapbewertung. Bis gleich. So. Dann. Gehen wir erstmal auf die Bewertung. Aris. Es war Spaß. Es war Spaß über 5 übrigens, ne. Ja, ich weiß. Aris, Sauberkeit. Ja, fang mal an. Sauberkeit, Aris. Sauberkeit. Ich weiß nicht, ob es an der Map selber lag. Ich hatte beim ersten Wenden das Problem, dass es ein Problem ist. Dass er mich teilweise abgeklatscht hat. Beim Übergang von der Führung zu den Bändler an sich selber. Wisst ihr was ich meine? Null. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich da irgendwie was. Aber ansonsten war das Ding smooth. Also jetzt mal ernsthaft. Da hab ich eigentlich nicht groß was über Menge. Hallo Punkte. Ja, hab ich doch gesagt. 4,5. Erscheinungsbild. Hat mir gefallen. Auch von der Optik her wäre ich auch bei 4,5. Wegführung. War gegeben. Kann ich nichts dran aussetzen. 5. Kreativität. Abwechslung war ohne Ende da. Wäre ich auch bei 4,5. Und die persönliche Meinung? Ja, da wäre ich bei 4. Gut. Der Deko. Sauberkeit. Ja, ich glaube mit der Sauberkeit. Hatte ich da irgendwo poliert. Ein Voltwechsel war ein bisschen unschrufen geworden. Aber das war der erste. Da gebe ich 4,5 Punkte. Dies Erscheinungsbild. Ähm. Ich mag die Farbenkomposition überhaupt nicht. Das gibt 2,5. Hohoho. Okay. Wegführung. Marvin, Alter. Ich sehe es jetzt irgendwie. Wegführung war eigentlich gut. 4,5 Punkte. Marvin. Hallo Marvin. Was denn? Aris wird verschönert. Kreativität Deko. Äh. Kreativität fand ich cool. Es war coole Elemente drin. Auch mehr Abwechslung fand ich als zu dem davor. Da gebe ich 4 Punkte. Und deine persönliche Meinung nochmal. Äh. Persönliche Meinung gut. Äh. 4,25. Jungs. Jungs. Ich werde verrückt. Ihr macht mich irre. Ihr benebt euch wie Tiere. Gut. Äh. Ramba. Sauberkeit. Äh. 5. Erscheinungsbild. Egal. Volle Punktzahl. Nein. 4,75. Jaja. Ich muss eigentlich gleich als Sauber ausmachen. Haha. Haha. Wegführung. Äh. Ich auch bei 5. Uh. Kreativität. Ah. Und da ich weiß oder vermute von wem die Map ist, kann ich da 4,25 geben. Er vermutet. Mhm. Und deine persönliche Meinung. Landet auch bei 4,25. Und der Mavi nochmal. Was sagst du denn zur Sauberkeit? Kannst du mir die Liste von eben geben? Damit ich weiß, was ich vorgegeben habe. Ich muss mich daran orientieren. Warte, geh mal auf das andere Bild rüber. Wie ist der Vorteil? Reaction. Zack. Kannst du es lesen? Egal. Wieder extra wünsche hier. Ist so. Normal. Brauche ich aber auch. Also. Sauberkeit. Sauberkeit. Oh. Ich glaube da war. Gebe ich 3,5. Erscheinungsbild. 3,75. Wegführung gebe ich. Äh. 4,25. Kreativität. 3,75. Persönliche Meinung. 4. 4. So. Der Endes gibt mir noch die Umfrage. Tut er gerne. Wir hatten einmal einen Punkt. Einmal einen Punkt. 0 mal die 2. 0 mal die 2. 6 mal die 3 Punkte. 6 mal die 3. 3 mal die 4 Punkte. 3 mal die 4. Und 0 mal die 5. Oh, wenige Abstimmungen, Leute. Eieieieiei. Ihr müsst euch eine Anstrengung abstimmen. So. Dann noch die Regelumsetzung. Ich hoffe die Pizza vielleicht schon eingeladen. Wir mussten bei der Tür nach oben raus. Ist gegeben. Naturlocher Raval war auch drin. Zwei Wendler waren drin. Neu. Viel Spaß im Training. Doppeltfarbig gebaut. War auch okay. Einladung müssen raus schauen. Und Ramadi. Allerlassenscheine Frage. War sie noch PX-Lösch oder war die schon ein Tick zu Nacht? Ähm. Ein Punkt wäre nicht durchgegangen. Der war ein Ticken zu tricky und zu lang. Ja. Okay. Also sagst du nein. Ja. Leider ja. Was meinst du? Zu dünn und zu lang? Wir reden nicht von Marvin. Was? Der war ein Ticken zu lang. So. Wunderbar. Zu dünn. Heißt das zu dünn kennst du nicht? Nein. Eher zu eng. Eher zu eng. Und das ist eher dehnbar. Richtig. Eko. Er ist ein dehnbarer Begriff. Jo. Wunderbar. Dann ist diese Runde durch und die nächste Einladung folgt. Hallo. Dann ist diese Runde durch den Tyrann. Ich wohne. Dann ist sie mit einer anderen Seite. Auf Wiedersehen. Er geht. Dann auf Wiedersehen. Ich wohne. Dann schreiten sie mit, du lieber. Dann bin ich gerirsiniz. Vielen Dank.